hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen informations video und zwar haben wir mittlerweile eine community ts und ja ich habe hier ein bisschen rum gespielt ihr seht auch egal auf jeden fall erkläre ich euch jetzt einmal kurz wie das hier ablaufen soll und zwar neue besucher oder neue leute kommen in den anleger und daraus gehen die dann mitgliedern dann werden sie zu einem gespräch bezogen um zu gucken wie die so drauf sind und dann können die sich hier aus für hier da gibt es eine spezielle berechtigung das wird euch dann aber hier im zweifel erklärt wenn ihr da interesse habt und hier gibt es eine besondere berechtigung und zwar die setze ich mir jetzt da muss ich den fall noch mal dran weil da mache ich das dann so dass das halbe twitch und das halbe youtube ok auf jeden fall haben wir hier einen in meinem raum einfach damit dass da nicht ganz so extrem auffällt und wir haben auch noch weil es ist ja immer so eine sache es gibt leute die mögen es lieber als discord es gibt leute die mögen discord lieber als ts so da habe ich es jetzt weil ich in dem stream ich glaube und es ist das den squid stream oder war das der letzte pokémon ich weiß es nicht auf jeden fall habe ich in den letzten tagen moment jetzt muss ich das noch sehen werden ich glaube ihr süßt und schönen guten tag guck mal 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 guck guck mal u das ist und wenn mein oder guck mal quelqu die im 2 im dann muss ich haben wir unseren discord server. der ist nicht ganz so ausgebaut wie der teamspeak aber wir haben hier auf jeden fall auch eine kleine struktur. so das war das 2500 video auf dem kanal frozen tales. ich schreibe euch den link um also die psip und den discord link in die video beschreibung rein ja und ja ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag bis zum nächsten mal haut rein und ciao